Hossland, Hossland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Hossland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein. Unsere Pferde-Ranch. Hossland, Hossland! Yeah, 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 yeah! Heute in Hossland. Der Besuch einer Prinzessin führt zu einer Reihe von Missverständnissen. Ja! Willi hat doch gesagt, es soll niemand wissen, dass sie hier ist. Und Chloe und Zoe tun alles, um ihren königlichen Gast zu beeindrucken. Oh! Wow! Äh, Chef, Trinit, kommt her und seht euch das an. Was gibt's, Angora? Bringt uns etwa jemand Futter? Nein, aber, ähm, vielleicht etwas anderes. Schön langsam. So ist gut. Ein prächtiges Pferd. Und ist sich dessen sehr bewusst. Ich finde, es ist riesig. Es macht mir Angst. Ich muss sagen, mit euch beiden ist es wirklich nicht einfach. Für Angora ist das Pferd zu schön und für Trine ist es zu groß. Schön bin ich auch, aber zum Glück nicht so groß. Was für ein wunderschönes Pferd. Sie heißt Windy. Was ist das denn für ein Name? Sie kommt aus einer sehr kalten Gegend. Windy gehört der Prinzessin von Swaldsbergen. Wisst ihr, was das allerbeste ist? Die Prinzessin kommt höchstpersönlich hierher, um ihren Reizstil zu verbessern. Eine echte Prinzessin. Wir werden sie königlich behandeln, so wie es angemessen ist. Und wie nur wir es können, Schwesterchen. Ja! Die Prinzessin kommt hierher, um sich von dem Rummel zu erholen, der um sie herum herrscht. Das Einzige, was sie sich wünscht, ist ein bisschen Ruhe. Die Prinzessin kommt nur mit einer Begleitung und sie möchte nicht, dass ihr Aufenthalt hier irgendwie bekannt wird. Du meinst keine Presse, kein Fernsehen? Auch keine heimlichen Fotos? Nein! Und wehe, jemand missachtet das. Wir werden sie behandeln wie jede andere Schülerin. Klar, du kannst dich auf uns verlassen. Richtig, Chloe? Na, Zoe? Ja, ja. Selbstverständlich. Hm. Was glaubst du, was die Mädchen morgen in der Schule dazu sagen? Den wird von Neid schlecht werden. Willkommen auf Horseland. Ich bin Scarlet. Die trägt ihre Nase höher als unser alter Wetterhahn. Ich bin selten mit dir einer Meinung, aber diesmal hast du recht. Nun mal ruhig. Gib dem neuen Pferd eine Chance. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Ihr wisst ja wohl, dass Zoe und ich erstklassige Manieren haben. Wir möchten euch beibringen, wie man sich in Anwesenheit einer Hoheit verhält. Willi sagt, wir sollen uns ganz normal benehmen. Ich bitte dich, Sarah. Erwartest du von mir, dass ich auf einen Kerl höre, der auf zwei Fingern pfeift? Fangen wir erst mal damit an, wie man einen Tisch deckt. Übertreibst du es nicht vielleicht ein ganz kleines bisschen? Wir wissen doch überhaupt nichts über diese Prinzessin. Das stimmt. Wir sollten abwarten, die Prinzessin zuerst kennenlernen und dann sehen, was sie mag. Bitte, bitte, bitte. Wenn jemand königlicher Herkunft ist, dann erwartet er, egal wo er ist, ein gewisses gesellschaftliches Niveau. Kümmern wir uns als erstes um die Anordnung der Bestecke. Meinst du, sie merken es, wenn wir gehen? Oh ja, ganz sicher. Es gibt keinen drin. Ja, hallo. Wer schwarz denn da? Also, das ist ein sogenannter Platzteller. Von dem wird nicht gegessen. Auf den werden die Teller der folgenden Speisen gestellt. Das ist die Gabel für die Vorspeise. Die liegt ganz außen, weil sie als erste benutzt wird. Die Gabel ist fürs Dessert. Sie liegt oberhalb des Tellers. Ah. Hallo. Ich heiße Alexia. Hi. Ich bin Willi. Und das sind... Hi. Ich bin Chloe. Und ich Zoe. Wir sind entzückt, dich kennenzulernen. Danke. Das Gepäck ist noch im Wach. Das lassen wir die Dienstboten machen. Du musst die Begleitung der Prinzessin sein. Tja, ich ähm... Ich bin Sarah. Das ist Alma. Hi. Mein Name ist Linja. Wir holen dein Gepäck. Ja, danke schön. Wie fühlt man sich als Prinzessin? Ich meine so als echte... Papa nennt uns Prinzessinnen, aber das ist kein offizieller Titel, weißt du? Alles okay? Ja, aber das sind so große Pferde. Ich meine, sehr nett. Die sind bestimmt sehr nett. Ihr wohnt hier aber wirklich sehr schön. Ich wohne nicht hier. Mein Pferd ist hier untergebracht. Deswegen verbringe ich sehr viel Zeit hier. Äh, würdet ihr uns kurz entschuldigen? Danke. Sie verwechseln uns. Wir müssen das richtig stellen. Das hab ich auch schon gemerkt. Morgen sagen wir... Heute, Linja. Am besten jetzt. Ähm... Aber, aber, Hoheit. Du kannst doch nicht vor uns weglaufen. Wir sind doch deine Freundin. Jemand wird dir zeigen, wo du die Taschen hinbringen sollst, okay? Keine Angst. Wir lassen die Prinzessin nicht aus den Augen. Davon bin ich überzeugt. Tut mir wirklich leid, Linja. Sie gehen der Prinzessin bestimmt auf die Nerven. Kein Problem. Sie hat starke Nerven. Ein selten schönes Pferd. Ja, das ist es wirklich. Du magst Pferde, das sehe ich. Oh ja, wenn ich auf ein Pferd steige, bin ich frei. Leider zu selten. Die Gelegenheit ist günstig, wollen wir? Gern. Wir können den Weg in Richtung der Berge nehmen. Von da oben hat man einen tollen Ausblick. Wirklich? Wann geht's los? Wann immer du willst. Entschuldig die Störung, aber... Deine Prinzessin möchte sich für die Reitstunde ankleiden. Ja, bitte, entschuldige. Klar, dann sattle ich ihr Pferd. Nicht so schnell. Sie holt deine Prinzessin ja schon. Wieso dauert das Anziehen bei ihr denn so lange? Das fragt mal ihre schreckliche Dienerin. Man weiß ja, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden. Hey. Keine Sorge, Alexia. Windy ist sehr zahm. Mal ehrlich, Hoheit. Du weißt ganz genau, dass ich nicht reiten kann. Und deine Hosen sind mir viel zu eng. Du siehst einfach klasse aus. Es geht überhaupt nicht darum, wie ich aussehe. Es geht darum... Warte bitte noch ein bisschen. Zu Hause werde ich doch ständig beobachtet. Und hier weiß niemand, wer ich bin. Du bist Prinzessin Linja von Zweilsbergen. Und ich bin deine Begleiterin. Auch wenn ich deine Kleider trage. Das ändert nichts an der Tatsache. Ich denke, wir sollten diesen Rollentausch beenden. Du hast recht, Alexia. Wir müssen unser Geheimnis lüften. Wie traurig. Na dann. Bist du bereit? Äh, nein. Ich bin... Was ist denn? Es ist, äh... Sag du es ihm. Prinzessin! Ich befürchte, es wird heute nichts mit der Reitstunde, weil Alexia... Warum? Was ist denn los, Prinzessin? Ja, Hoheit. Die Prinzessin möchte heute nicht reiten, weil... Ah! Weil ihre Stiefel staubig sind. Was? Äh, bitte, wenn ich mir den Einwand erlauben darf. Das ist auf einem Reitplatz nichts Ungewöhnliches. Wie auch immer. Die Prinzessin wird heute nicht reiten. Ich ziehe mich jetzt ins Haus zurück. Ich putze deine Stiefel. Nein, ich mach das. Du hast keine Ahnung, wie man sowas macht. Hab ich wohl. Ich hab mal jemanden dabei zugeguckt. Wie wär's mit einem Ausritt? Was hältst du davon? Alexia darf das nicht erfahren. Reiten wir los. Glaubst du, es ist in Ordnung, wenn du das Pferd der Prinzessin reitest? Oh, ganz sicher. Keine Sorge. Hey! Viel Spaß, ihr beiden! Darlin, ja! Ja! Wer zuerst auf dem Berg ist. Ich kann nicht länger lügen. Ich muss ihr die Wahrheit sagen. Aber ich will nicht behandelt werden wie eine Prinzessin. Es ist wunderschön hier. Ja, unglaublich. Das ist es wirklich. Da, der kleine See. Im Sommer gehen wir da schwimmen. Wann immer ihr wollt? Klar, natürlich. Und immer mit der ganzen Gruppe. Es muss schön sein, immer unter Freunden zu sein. Freunde zu haben, ist wichtig. Man hilft einander. Ja, man ist einfach füreinander da. Stimmt's? Ja. Linja ist weg. Ja, ausgeritten. Und wohin? Keine Ahnung, aber sie ist mit Sarah unterwegs. Das ist okay. Nein, nein. Du verstehst das nicht. Ich muss bei ihr sein. Du musst mich sofort zu ihr bringen. Wir machen das. Komm, Prinzessin. Du kannst mit mir reiten. Nein, mit mir. Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Gib mir deine Hand. Keine Sorge, Prinzessin. Wir sind die schnellsten Reiter der ganzen Gegend. Die schnellsten? Ja! Ah! Ein schöner Ausflug. Das stimmt. Es ist spät geworden. Leider. Ich schlage vor, wir reiten zurück. Wie kommst du darauf, einfach abzuhauen? Kannst du mir das mal erklären? Ich bin nicht abgehauen. Wir sind ein bisschen ausgeritten. Ich nehme mal an, das war deine Idee. Äh, ja. Aber ich wollte doch niemanden in Schwierigkeiten bringen. Du hast ja keine Ahnung, in was für Schwierigkeiten du mich damit gebracht hast. Mir reicht's. Komm jetzt. Moment. So geht das nicht. Du bist zwar eine Prinzessin, Prinzessin. Aber du bist verdammt unfair zu Linja. Sarah. Alexia ist eine Hoheit und kann ihre Dienerin behandeln, wie sie will. Sie hat sich nur Sorgen um mich gemacht, Sarah. Wir sind unterschiedlicher Herkunft, aber trotzdem... Freunde. Aber dann ist es ja noch viel schlimmer, dass sie dich so behandelt. Freunde sollten nett miteinander umgehen. Und nett klang das eben wirklich nicht. Hättest du mal eine Minute Zeit für mich? Sofort. Entschuldige mich. Ich glaube es nicht. Die streiten sich ja noch immer. Wir müssen es ja sagen. Woran du nicht ganz unschuldig bist, Sarah. Und dass die Prinzessin Linja feuert, dürfte ja klar sein. Linja hat dir etwas zu sagen. Also, fang an. Sarah, ich hab darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wie Freunde miteinander umgehen sollten. Obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Betrachte ich uns als Freunde. Ich wollte nie etwas tun, was dich traurig machen könnte oder dich verletzt. Ich kann verstehen, wenn du jetzt von mir enttäuscht bist. Aber ich hoffe, du wirst mich... Linja, ich habe keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Sarah, Alexia ist nicht die Prinzessin von Zwalsbergen. Aber wenn sie nicht die Prinzessin ist, wer denn sonst? Du meinst du? Ja. Könnte mir mal jemand behilflich sein? Bitte? Tut mir ehrlich leid, aber ich schaffe das nicht. Du sitzt fest. Sag mal, warum spricht sie nicht mit uns? Äh, keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Hab ich das richtig verstanden? Alexia ist keine Prinzessin? Richtig. Aber... Linja ist eine. Auch richtig. Weiß Linja denn, dass ich das jetzt auch weiß? Linja hat gesagt, ich dürfte es dir erzählen. Aber Chloe und Zoe sagt sie es selbst. Das muss ich sehen. Hey, wir müssen euch was ganz Wichtiges sagen. Und das wäre? Heute Nachmittag um fünf geben wir eine Überraschungsparty für Prinzessin Alexia. Für Prinzessin Alexia. Ja, das wird bestimmt eine Überraschung. Wir haben alle unsere Freunde eingeladen. Aus dem Golfclub, aus dem Tennisclub, dem Yachtclub. Halt! Willi hat doch gesagt, es soll niemand wissen, dass sie hier ist. Ihr... Ihr müsst die Party absagen. Geht nicht. Wir... haben das Buffet bestellt und mit Kreditkarte bezahlt. Also seht zu, dass ihr pünktlich seid. Das müssen wir Linja sagen. Linja, Alexia, Chloe und Zoe haben jede Menge Leute eingeladen. Sie planen eine Überraschungsparty. Für uns? Für die Prinzessin. Aber sie glauben doch, das bist du. Was sollen wir machen, Prinzessin? Also, erstens solltet ihr mich wieder Linja nennen. So wie vorher. Sehr gern, Linja. Und zweitens ist das doch gut. Das ist meine erste Überraschungsparty. Juhu! Wisst ihr was? Wir geben heute Abend eine Party zu deinen Ehrenprinzessin. Wie nett von euch. Wir freuen uns wirklich sehr. Ähm, Missverständnis, du bist nicht eingeladen. Was? Mal langsam, Sarah. Du weißt, dass die Bediensteten nie eingeladen werden. Außer du möchtest Teller waschen oder das Essen servieren. Ihr macht einen bombastischen Fehler. Äh, Linja hat alles verstanden. Gut. Ich sag dir was. Du kannst in der Nähe bleiben und zusehen. Verhalte dich ruhig. Vielleicht lernst du ja was. Ja, denn wir beide wissen wirklich, wie man mit Hoheiten richtig umgeht. Chloes und Zoes Vater wird nicht sehr begeistert sein, wenn er die Rechnung zu sehen bekommt. Schmeckt sehr gut. Wann kommt die Prinzessin? Lass mich durch. Das ist ja schrecklich, in so einem Blitzlichtgewitter zu stehen. Ein paar scheinen das zu genießen. Hallo, mein Name ist Chloe. Das ist meine Schwester Zoe. Hi. Und wir möchten Sie zu diesem Abend willkommen heißen. Wir warten auf die Prinzessin. Ich danke Ihnen. Wir haben uns heute hier zu Ehren unserer Freundin versammelt. Der reichen, edlen und öffentlichkeitsscheuen Prinzessin von Swalzbergen. Ich sagte Prinzessin von Swalzbergen. Prinzessin? Ähm, Prinzessin? Hierher bitte. Nein, hierher. Oh! Ähm, ähm, äh, äh, oh? Liebe Freunde, ich möchte dies zum Anlass nehmen, um mich bei euch allen zu bedanken. Vor allem bei Sarah. Hausland ist etwas Besonderes. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Für wen hältst du dich eigentlich? Ja. Du? Die Prinzessin von Swalzbergen. Sie ist... Du bist das? Ja, bin ich. Und mit der Hilfe von Alexia und Chloe und Zoe, konnte ich ein paar unbeschwerte Tage hier verleben. Ich danke dir, meine liebe Alexia. Katastrophe! Und das uns! Wenn Linja jetzt nicht abreisen müsste, hätten wir vielleicht noch eine Chance. Da verschwenden wir unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit an eine falsche Prinzessin. Na ja, wir sollten uns jetzt lieber verabschieden. Es war wunderschön bei euch, Sarah. Bitte danke allen von mir. Ja, und von mir bitte auch. Es hat sogar ein bisschen Spaß gemacht, behandelt zu werden wie... eine Prinzessin. Wir hätten euch von Anfang an die Wahrheit sagen müssen. Verzeiht. Ähm, ja. Verzeiht uns bitte auch. Auch wenn Alexia nur eine, ihr wisst schon, eine Dienerin ist. Na ja, ja... Dafür kannst du ja nichts. Du bist trotzdem sehr nett. Und wir sind froh, dich kennengelernt zu haben. Wir haben ein kleines Geschenk für euch. Oh, wie hübsch. Danke. Ein traditionelles Geschenk. Typisch für die Gegend, aus der wir kommen. Danke euch beiden. Wir haben euch zu danken, Sarah. Tja, wir müssen jetzt gehen. Wir werden am Flughafen erwartet. Ja, es ist gut, Le Perim. Was hast du zu ihr gesagt? Ich habe gesagt, dass ich sie nach Hause bringe. Windy versteht nur Isländisch. Na, hast du das gehört? Sie ist gar nicht eingebildet. Sie hat einfach nichts davon verstanden, was wir gesagt haben. Deswegen hat sie nicht mit uns gesprochen. Ich wusste das. Bless, bless. Das heißt auf Wiedersehen. Bless, bless. Bless, bless. Ich hätte Windy gerne besser kennengelernt. Ich auch. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr auf sie zugehen sollen. Nicht wahr, Angora? Ich finde es schrecklich, wenn niemand mit einem spricht. Sie muss sehr einsam gewesen sein. Hey, warst du das, die da eben gesprochen hat? Angora, ich muss zugeben, jetzt fehlen mir die Worte. Dazu kommen, zu müssen. Wir machen die Worte. Wir machen die Worte.